Hallo und herzlich willkommen bei TomParis.de. Ich bin euer Tom Paris und habe eine Ankündigung zu machen. Wie ihr sicherlich in dem ein oder anderen Video schon mal mitbekommen habt, suche ich zwei Leute, die zusammen mit mir auf TomParis.de Videos veröffentlichen möchten. Von Koop bis Singleplayer spielen, je nachdem was euch mehr liegt und worauf ihr mehr Lust habt. Wichtig ist nur, dass ihr Spaß am Zocken habt und gute Laune mitbringt. Die genauen Anforderungen stehen aber unter diesem Video und weitere Details besprechen wir dann per Mail. Nun gibt es noch was, was ich gerne loswerden möchte. Ich hätte nie gedacht, als ich vor knapp einem halben Jahr angefangen habe, Videos zu machen, Let's Plays aufzunehmen, dass überhaupt einige Leute sich dafür begeistern können, mit dem, was ich es tue und wie ich es tue. Nochmal großen Dank an euch, vielen Dank und ich mache weiter und es bringt mir echt viel Spaß. So, jetzt aber fleißig Mail schreiben und ich werde auf jeden Fall auf jede Mail antworten. Das war's auch schon. Bis bald, euer TomParis.